Aber du zeigst mir keinen Respekt, bietest nicht etwa Freundschaft, du sagst nicht einmal Pate zu mir. Nein, stattdessen kommst du am Hochzeitstag meiner Tochter hierher und willst diese kleine süße Katze wiederhaben, die ich liebe. Aber sie gehört mir? Du bekommst sie, wenn wir mit ihr fertig sind. Aber dann, was haben Sie mit meiner Katze vor? Wie viel soll ich bezahlen? Buona sera. Buona sera. Was habe ich dir denn bloß getan, dass du mich so respektlos behandelst? Du kannst doch deine Katze nicht einfach frei rumlaufen lassen, dass sie dir so leicht wegrennt.